Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Hier sehen wir den elektrifizierten Antriebsstrang eines Kompaktladers, bestehend aus zwei konventionellen Achsen, dem neuen Dreiwellengetriebe. In der Drive-Line sieht man Elektromotor, der 20 kW Dauerleistung bringt und 36 kW Spitzenleistung. Hiermit können wir kompakte Radlader bis zu der Tonnage von 5,5 Tonnen mit den aktuellen Spezifikationen bedecken, sprich 80% Zugkraft erreichend vom Maschinengewicht und auch die 20 kmh. Was es innovativ macht, durch unsere Flüssigkeitskühlung im Inverter und im Motor haben wir es geschafft, die gleichen kompakten Bauraum zu realisieren wie im konventionellen Antrieb.